Yoga und Erleben Was ist Yoga? Dritter Teil Worte Sri Aurobindos Yoga ist die Begründung dessen gesamten Lebens und Bewusstseins im Göttlichen Yoga verlangten die Beherrschung der Natur nicht die Unterwerfung unter die Natur Was die Natur für die Masse in einer langsamen Evolution anstrebt bewirkt Yoga für den Einzelnen durch eine schnelle Revolution Theoretisches Wissen über die Methoden und Ziele ist für die Praxis unerlässlich und der Ausgangspunkt Nur wenn wir eine Ahnung ein Gefühl von der Dimension des Yoga bekommen können wir eine bewusste Entscheidung treffen Yoga praktizieren zu wollen oder nicht Theoretisches Wissen über den Yoga zu besitzen ist gut Besser aber ist es den Yoga zu leben Der nächste Schritt besteht also darin das Wissen in die Praxis umzusetzen Das heißt auf dem Weg zu sein und Erfahrungen zu sammeln Zu wissen ist gut Zu leben ist besser Zu sein Das ist vollkommen Der dritte Schritt ist Im Zustand des Yoga zu sein Und zwar nicht in irgendeiner Trance Jenseits dieser irdischen Welt Sondern in dieser irdischen Welt Als ein bewusstes und lebendiges Zentrum dessen göttlichen Bewusstseins und der göttlichen Kraft Den Yoga hier auf Erden verwirklicht zu haben Das ist vollkommen Wenn wir das Wort Yoga gebrauchen oder hören Denken wir an Übungen zur Gesunderhaltung des Körpers An besondere Sitzweisen An rhythmisches Atmen An Konzentration An die Yogadrance und Meditation Das sind aber nur einzelne Aspekte eines bestimmten Yogasystems Diese Aspekte sind nicht der Yoga Sie sind lediglich ein Mittel zum Yoga Man kann Yoga praktizieren Ohne Körperübungen tun zu müssen In jeder Haltung Oder gar keiner Haltung Ohne im Geringsten an die Atmung zu denken Ohne nach Druck auf Konzentration zu legen Im vollen Wachenbewusstsein Während man geht Arbeitet Ist Mit anderen spricht Während jeder Beschäftigung Und sogar im Schlaf Yoga ist keine festgelegte Übungsweise Sondern das ganze Leben ist Yoga In der Katha Upanishad heißt es Yoga ist der Anfang und das Ende aller Dinge Shri Aurobindo sagt dazu Aber nicht nur die ursprüngliche Schöpfung Und die endgültige Auflösung des Weltalls Sondern alle großen Veränderungen Alle Schöpfungen Entfaltungen und Zerstörungen Werden durch den zentralen Prozess des Yoga bewirkt Für Shri Aurobindo stellt sich der Yoga als die zentrale Bewegung in der Natur dar In seinem Werk Die Synthese des Yoga schreibt er Bei rechter Betrachtung von Leben und Yoga Ist alles Leben bewusst oder unbewusst ein Yoga Denn Was wir mit diesem Begriff Yoga meinen Ist ein methodisches Bemühen zur Selbstvollendung Durch das alle Möglichkeiten Die latent im Wesen sind Zum Ausdruck kommen Und das individuelle Menschsein Mitten dem Universalen und Transzendenten Sein Das partiziell im Menschen und im Kosmos außen gedrückt ist Zur Einung bringen Alles Leben ist Wenn wir hinter seine Erscheinungen schauen Ein unermesslicher Yoga der Natur Die versucht Ihre Vollkommenheit In einem stetig wachsenden Ausdruck Ihre Möglichkeiten zu verwirklichen Und sich mit ihrer eigenen göttlichen Wirklichkeit zu einen Mit anderen Worten Die Natur bewegt sich hin zur Übernatur Yoga strebt hin zu Gott Der Weltimpuls Die Evolution Und das menschliche Streben Der Yoga Sind eine Bewegung Sind dieselbe Reise Hätte es einen Zeugen der Schöpfung gegeben Er hätte auf den ersten Stufen der evolutionären Natur nur beobachtet Wie aus einem unermesslichen Abgrund scheinbaren Nichtseins Eine Energie auftauchte Die sich mit der Erschaffung von Materien befasste Und in die Unendlichkeit des Nichtbewussten In den Plan eines grenzenlosen Universums ordnete Unermüdlich Erschuf sie Nebel Haufen von Sternen Sonnen und Planeten Diese Energie existierte für sich allein Ohne Sinn Leer von Ursache und Absicht Dem Zeugen dessen ganzen Vorgangs Wäre das Ganze als ein gewaltiger Nutzloser Mechanismus erschienen Denn er hätte kein Wesen gesehen Zu dessen Freude das erschaffen wurde Zu dieser Zeit wäre es ihm als unmöglich erschienen Dass in diesem empfindungslosen Weltall Wimmelndes Leben hervorbrechen würde Hätte er aber einige Äonen später Wieder einmal auf dieses sinnlose Panorama geschaut Hätte er zumindest in einer kleinen Ecke des Universums Dieses Phänomen entdecken können Einen Fleck, wo die Materie zubereitet Und als Schauplatz für eine neue Entwicklung hergerichtet war Er hätte die Erscheinung Leben der Materie gesehen Zuerst als eine Schwingung im Metall Dann als ein Wachsen und Suchen in der Pflanze Unser Beobachter hätte eine Natur gesehen Die nur damit befasst war Diesen Ausbruch von Leben zu erhalten Das Leben schien aber ohne Bedeutung zu sein Es schien nur für sich selbst zu leben Als ob ein kleiner Tupfen lebensfroher Farbe In die ungeheure kosmische Wüste gespritzt worden wäre Sonst nichts Der Beobachter hätte sich nicht vorstellen können Dass ein denkendes Mental auf dieser winzigen Insel von Leben erscheinen würde Ein Bewusstsein in der Unbewusstheit Eine neue, subtile Schwingung an die Oberfläche kommen würde Und doch hätte er es einige Millionen Jahre später entdecken können Zunächst als ein instinktmäßiges Verhalten und als Sinneswahrnehmung im Tier Als eine Verflechtung von Freude, Schmerz, Hunger, Empfindung, Angst und Kampf im Tier Ein erstes, organisiertes Bewusstsein Langsam manifestierte sich dann das Mental im Leben Erst als ein fühlendes, ein unfertiges, denkendes und planendes, vitales Mental im Tier Im Menschen dann jedoch vollorganisiert und ausgestattet Als das zwar noch unvollkommene Aber sich ständig weiterentwickelnde, mentale Wesen Das denkende, sinnende, sich sehnende und bereits selbstbewusste Geschöpf Ein mentales Wesen, das sich in den Denker, den Philosophen, den Wissenschaftler entwickelte Und zum Mystiker, zum spirituell Suchenden wurde Eine unsichtbare innere Evolution wurde nun die große Absicht und Leidenschaft der Natur Und so langsam beginnt sie diese Absicht, ihr so lange gehütetes Geheimnis zu lüften Auf jeder Stufe ihrer bisherigen Entwicklung nimmt das stumme Geheimnis der Natur ab Auch wenn es immer noch da ist Auf jeder ihrer Entwicklungsstufen wird ein Hinweis auf den nächstfolgenden Schritt gegeben Wie das Pflanzenleben in sich die dunkle Möglichkeiten des bewussten Tieres enthält Wie sich im Tiermental die Regungen von Gefühl und Wahrnehmung unter die primitiven Begriffe andeuten So wird der Mensch, das mentale Wesen, durch das Bemühen der evolutionären Energie so verfeinert Dass sich aus ihm der spirituelle Mensch entwickelt Denn das menschliche Mental ist nicht alles Jenseits davon, sagt Sri Aurobindo, gibt es ein größeres Bewusstsein Ein Supramental und ein Geist Sri Aurobindo hat in seiner Erklärung des Universums Die wichtige Tatsache einer spirituellen Evolution Als Grundlage unseres Daseins hervorgehoben Das heißt, hinter den Erscheinungen des weltlichen Daseins Gibt es die Realität eines göttlichen Wesens und göttlichen Bewusstseins Dieses Wesen und Bewusstsein ist hier in der Materie eingeschlossen Evolution ist die Methode, mit der es sich freisetzt Das Leben ist der erste Schritt des Freiwerdens von Bewusstsein Mit dem Mental vollzieht sich der zweite Schritt Aber die Evolution bleibt beim Mental nicht stehen Sie erwartet eine Befreiung zu etwas Größerem hin Evolution ist die Methode, mit der es sich freisetzt Das Leben ist der erste Schritt des Freiwerdens von Bewusstsein Mit dem Mental vollzieht sich der zweite Schritt Aber die Evolution bleibt beim Mental nicht stehen Sie erwartet eine Befreiung zu etwas Größerem hin Zu einem Bewusstsein spiritueller und supramentaler Art Als nächstes muss sich in der Evolution Der Schritt zur Entwicklung des Supramentals und spirituellen Geistes Als in der beherrschenden Kraft des Menschen Des bewussten Wesens vollziehen Denn nur dann und nur dann Wird sich die in den Dingen innewohnende Göttlichkeit Vollständig enthüllen Offenbaren Und das Leben Vollkommenheit manifestieren können Und zwar solch eine Vollkommenheit Dass man zu Recht von einem göttlichen Leben auf Erden sprechen kann Während die Natur ihre ersten Schritte tat Ohne dass es einen bewussten Willen im Pflanzen- und Tierleben gegeben hätte Wird sie nun im Menschen fähig Sich durch einen bewussten Willen weiterzuentwickeln Dies nimmt im Menschen die Form einer spirituellen Bemühung Und eines Strebens danach an Das Göttliche in der Seele zu besitzen Und im Wesen zu verwirklichen Man kann sagen Dass Yoga das spezielle Mittel der Natur ist Dass sie sich zum endgültigen Erreichen ihrer Absicht bereithält Für jenen Zeitpunkt Wenn wenigstens ein Teil der Menschheit Von seiner Konstitution her Der erforderlichen Anstrengung gewachsen Und intellektuell Moralisch So wie physisch Befähigt ist Ein göttlicher Mensch zu werden Yoga ist nichts anderes Als ein bewusst gewordener natürlicher Prozess Der dazu bestimmt ist Jenes Ziel errascher zu erreichen Das von der gewöhnlichen Bewegungsweise der Natur Nur langsam Unexakt In gemächlichen Schritten Einer jahrtausendlangen Evolution Zur Wege gebracht wird Die Natur bewegt sich hin zur Übernatur Yoga strebt hin zu Gott Der Weltimpuls Die Evolution Und das menschliche Streben der Yoga Sind eine Bewegung Sind dieselbe Reise Das einzige Wahrhaft bedeutsame Rätsel dieser Welt Ist denn das Auftreten und Wachsen des Bewusstseins In der ungeheuren stummen Gedankenlosigkeit der Materie Das Entweichen von Bewusstsein Aus einer scheinbaren Anfänglichen Unbewusstheit So wie das Ringen des Bewusstseins nach Selbstfindung Sein Streben nach der ihm eingeborenen Ganzheit Vollkommenheit Vollkommenheit Freude Stärke Meisterschaft Harmonie Freiheit Und nach seinem inhärenten Licht Dies ist das anhaltende Wunder Und doch Das natürliche und alles erklärende Phänomen Dessen Beobachter Bestandteil Werkzeug und Vermittler Wir alles in einem sind Die Mutter sagt In der Natur Gibt es eine aufsteigende Evolution Vom Stein zur Pflanze Von der Pflanze zum Tier Vom Tier zum Menschen Da der Mensch zur Zeit die letzte Sprosse am Gipfel der aufsteigenden Evolution ist Betrachtet er sich als die letzte Phase in diesem Anstieg Und ist der Meinung Es kann auf Erden nichts geben, was über ihm stünde Hierin hat er Unrecht In seiner physischen Natur ist er beinahe noch ein Tier Ein denkendes und sprechendes Tier zwar Doch in seinen körperlichen Gewohnheiten und Instinkten Nichtsdestoweniger ein Tier Zweifellos Kann die Natur mit einem so unvollkommenen Ergebnis Nicht zufrieden sein Sie strebt danach Ein Wesen hervorzubringen Welches für den Menschen das sein wird Was der Mensch für das Tier ist Ein Wesen Das seiner äußeren Form nach ein Mensch bleiben wird Dessen Bewusstsein sich jedoch weit über das Mental und seine Versklavung An die Unwissenheit erhebt Schrie Aurobindo kam auf die Erde Um den Menschen dieser Wahrheit zu lehren Er sagte ihnen Der Mensch sei nur ein vergängliches Geschöpf Das in einem mentalen Bewusstsein lebe Jedoch die Möglichkeit besitze Ein neues Bewusstsein zu erlangen Das Wahrheitsbewusstsein Und dass er ein Leben zu leben vermag Das vollkommen harmonisch sei Gut und schön Glücklich und vollbewusst Während seines ganzen Lebens auf Erden Widmete sich Schrie Aurobindo Der Gewinnung jenes Bewusstseins in sich Das er supramental nannte Sowie der Aufgabe Den um ihn versammelten Menschen Dabei zu helfen Es zu verwirklichen Zitat Ende Und Schrie Aurobindo noch einmal Der Menschheit Muss Yoga vermittelt werden Denn ohne ihn Kann sie nicht den nächsten Schritt In ihrer Entwicklung machen Tsch晚上 Für den nächsten Mal Another Way Tal B W Aurobindo